Video-Specials wie dieses könnt ihr durch den Kauf des HDTV Magazins nachhaltig unterstützen. Video-Specials wie dieses Video-Specials wie dieses Video-Specials-Band-Code. von Digital Fernsehen zu einem neuen Video Special. Ergänzend zum Test des Samsung QN95A im aktuellen Magazin kann ich euch heute einen Bildvergleich präsentieren, denn ich hatte die Möglichkeit das 2021er QLED LCD Modell mit dem Vorjahresgerät Q95T zu vergleichen. Im Video steht der Q95T aus dem Vorjahr immer links im Bild und der neue Neo QLED QN95A immer rechts. Um es gleich vorweg zu nehmen, dass der Kontrastfilter beim alten Modell einfallendes Licht effektiver schluckt und damit weniger Aufhellungen zu erkennen sind als beim 2021er Neo QLED Modell, ist eine von wenigen Ausnahmen in denen sich das Vorjahresgerät im direkten Vergleich auszeichnen kann. Ebenso gefällt mir der schlichtere glatte Standfuß und die hochwertige Fernbedienung beim Q95T etwas besser als die glitzernde Oberfläche beim Standfuß des QN95A und die Fernbedienung hat merklich an Gewicht verloren. Der Clou beim QN95A ist, dass die mitgelieferte Fernbedienung mit einem Solarfeld auf der Rückseite und einem integrierten Akku ausgestattet ist, während ihr bei der Fernbedienung des Q95T ganz normal Batterien einlegen müsst. Ihr könnt die Fernbedienung des QN95A alternativ auch über USB aufladen. Ein sprichwörtlich großer Unterschied ist bei der neuen Buon Connect Box des QN95A zu sehen. Die neue Box ist deutlich flacher, aber auch deutlich tiefer. Insgesamt lässt sich die neue Variante in meinen Augen besser im Wohnzimmer integrieren. Samsung ermöglicht es beim QN95A aber leider nicht die Box am Standfuß anzudocken. Das ist beispielsweise beim 8K Neo QLED QN900A möglich. Den Generationsunterschied zwischen Q95T und QN95A erkennt man deutlich bei den HDMI-Schnittstellen. Der 2020er QLED mit der alten Buon Connect Box bietet nur einen einzigen HDMI 2.1 Eingang am Port Nr. 4. Der 2021er Neo QLED mit der neuen Buon Connect Box bietet hingegen 4 HDMI 2.1 Ports und es ist prinzipiell egal, wo ihr eure PS5, Xbox Series X oder eurem PC anschließt. Genau aus diesem Grund ist der QN95A mein Samsung-TV-Tipp des Jahres, wenn ihr mehr als eine Next-Gen Gaming-Quelle nutzen möchtet. Denn Samsungs günstigere Neo QLED-Modelle ohne Buon Connect Box, wie zum Beispiel der QN90A, bieten weiterhin nur einen einzigen HDMI 2.1 Eingang. Was die Neo QLED-LCD-Generation im Inneren auszeichnet, ist die neue Mini-LED Hintergrundbeleuchtung, was zunächst einmal ermöglicht, die TVs sehr flach zu bauen. Normalerweise hätte ich vor einigen Jahren in solch einem Video womöglich zu euch gesagt, kauft bitte das ältere dicke LCD-Modell, denn da ist ein echtes LED-Backlight mit einzelnen Dimmingzonen verbaut, während im ultraflachen Modell nur eine Edge-LED-Beleuchtung integriert ist. Aber wir schreiben glücklicherweise das Jahr 2021 und der QN95A ist nicht nur flacher, sondern bietet auch das deutlich leistungsstärkere Direct-LED-Backlight. Beim Q95T komme ich gerade einmal auf 120 Dimmingzonen, während der QN95A fast die 800er-Marke knackt. Das ermöglicht wesentlich feinere Übergänge zwischen den einzelnen LED-Local-Dimming-Feldern und Samsung setzt hierbei auf eine 12-Bit-Ansteuerung der LEDs, sodass auch die Helligkeitsübergänge pro Zone sichtbar präziser abgebildet werden können. Bevor wir uns gemeinsam ins Vergnügen stürzen, erst einmal der erste wichtige Hinweis, dass ich im Video versuchen werde, euch einzelne Szenen so zu zeigen, wie ich es in einem dunklen Raum wahrnehmen kann. Wenn ihr solch ein Display in der Realität betrachtet, dann ist der Dynamikumfang, den ihr wahrnehmen könnt, wesentlich größer als das, was ich über die Kamera einfangen und über YouTube ausspielen kann. Somit werde ich die Bilder immer wieder unter- oder überbelichtet darstellen, damit ihr die dunklen, hellen Bildbereiche vernünftig einschätzen könnt und ich werde es entsprechend auch kommentieren. Ansonsten würdet ihr nur den Dynamikumfang sehen, den ich mit meiner Kamera mit einer einzigen Einstellung umsetzen kann und dann könnt ihr beide Fernseher kaum noch voneinander unterscheiden oder ihr seht Detailverluste, die in der Realität gar nicht vorhanden sind. Punkt Nummer 2, Samsung nutzt je nach Bildmodus eine ziemlich aggressive PWM-Ansteuerung des LED-Backlights und bei den 2020er QLED-LCDs reicht es aus, die PS5 über den Knopf an der Konsole zu starten und diesen PS5-Stadtbildschirm im HDR-Bildmodus im Spielmodus des Fernsehers zu betrachten. Ihr werdet dann wandernde schwarze Balken mit dem bloßen Auge erkennen können. Beim QN95A gibt es dieses Problem in dieser Ausprägung nicht, aber mein Kamerasensor spielt manchmal bei den Aufnahmen nicht ganz mit und ihr seht dann diese exakt horizontalen Linien. Diese müsst ihr bitte ignorieren, da diese so nicht in der Realität vorkommen. Wenn ich die Szene seitlich abfilme, wird der Unterschied deutlich sichtbar. Die Balken im TV links sind identisch zur Perspektive des TVs ausgerichtet, aber die horizontalen Linien im TV rechts bleiben exakt horizontal. Es ist schlichtweg ein Interferenzmuster meines Kamerasensors. Starten wir erst einmal mit den Grundlagen. Der QN95A ist wie der Q95T in der Lage 4K 120Hz HDR-Signale zu verarbeiten und dies aber an allen 4 HDMI Eingängen. Der Variable Bildfrequenzabgleich gelingt nach VRR und FreeSync Premium Pro Standard. Wenn ihr eine Nvidia Grafikkarte nutzt, könnt ihr G-Sync manuell aktivieren, auch wenn es offiziell nicht unterstützt wird. Wenn ihr einen PC anschließt, müsst ihr im Anschlussschema den Eingang auf PC wechseln und RGB-Signale zuspielen. Ich finde den Spielmodus bei Samsung aber deutlich besser als den PC-Modus, da ihr im PC-Modus kaum noch Einstellungsmöglichkeiten habt, auch wenn im Spielmodus keine verlustfreie RGB-Signalwiedergabe möglich ist. Dolby Vision wird von Samsung weiterhin nicht unterstützt, da muss man erstmal schauen, wie sich der Hersteller zukünftig zu diesem Thema positionieren wird. Die Spielbarkeit ist im Spielmodus exzellent und ihr kommt auf deutlich unter 10 ms, wenn ihr eine 120Hz-Signalverbindung aufbaut. Ganz wichtig, wechselt der TV in den Spielmodus, dann stellt das Bild bitte erst einmal neutral ein. Als Referenzpunkt bei den Einstellungswerten könnt ihr den Filmmaker-Modus nutzen. Die Voreinstellung des Spielmodus ist vergleichsweise grell und kühl gewählt. Sollte es aus irgendwelchen Gründen mal nicht funktionieren 4K 120Hz-Signale zuzuspielen, dann achtet bitte auch darauf, dass in den HDMI-Einstellungen des Fernsehers der erweiterte Modus aktiviert ist, das ist normalerweise automatisch der Fall, aber es kann unter Umständen notwendig sein, das nochmal manuell zu kontrollieren. Haltet ihr die Play-Taste der Fernbedienung gedrückt, wird die neue Gaming-Oberfläche ins Bild gefahren. Für einen Check des Eingangssignals ist diese Übersicht sehr gut geeignet, PC-Nutzer können sogar einen Ultra-Widescreen-Modus wie 32 zu 9 aktivieren. Die neue Oberfläche dient zugleich als Abkürzung ins Gaming-Systemmenü und dort solltet ihr den Schwarze Equalizer nicht aktivieren, wenn es euch um eine bestmögliche Bildqualität und Kontrastdarstellung geht. Die Funktion ist eher dazu geeignet, bei Multiplayer-Shootern dunkle Bereiche stark aufzuhellen, um die Sichtbarkeit beispielsweise von Gegnern zu vereinfachen. Mit PS5 und Xbox Series X könnt ihr mittlerweile viele neue und alte Games butterweich mit 60 Bildern pro Sekunde abspielen. Solltet ihr hingegen noch ältere Konsolen nutzen, die nur 30 Bilder pro Sekunde in Games schaffen, dann könnt ihr optional eine Zwischenbildberechnung im Spielmodus aktivieren. Dazu müsst ihr aber erst VRR und 120Hz bei der Signalausgabe der Konsole deaktivieren. Die Zwischenbildberechnung im Spielmodus erzeugt keinen 60FPS Look, hilft aber zumindest dabei, die Jutter-Effekte mit 30FPS Games zu mildern. Die Eingabeverzögerung steigt dann auf knapp 25 Millisekunden. Und noch ein wichtiger Hinweis, wenn ihr eine HDR-Einstellung über die Spielkonsole vornehmen möchtet. Die Option HDR-Spiel ist der HGIG-Bildabgleich bei Samsung und in diesem Modus ist die prinzipiell ausgeprägte Grundaufhellung von Samsungs HDR-Bildeinstellungen deutlich gemindert. Allerdings deaktiviert Samsung das interne Tonmapping nicht, weshalb ihr den Weißabgleich nicht präzise vornehmen könnt. Die Clipping-Grenze ist auch im HGIG-Modus zu hoch angesetzt. An der tollen Darstellungsqualität ändert das aber nichts. Während manch andere LED-LCD-Hersteller derzeit noch mit Bending-Artefakten oder Auflösungsverlusten zu kämpfen haben, wenn ihr 4K 120Hz-Signale zuspielt oder den VRR-Modus aktiviert, ist die Bildqualität des QN95A auch im Gaming-Modus mit Next-Gen-Signalen richtig gut. Zu meiner Überraschung hat Samsung sogar die Wiedergabequalität des Q95T aus dem Vorjahr über Software-Updates optimiert. Ganz kurz noch eine Info zur Tonzuspielung. Der QN95A ist in der Lage auch Mehrkanal-PCM-Signale intern zu verarbeiten, während das beim Q95T nicht möglich ist, da könnt ihr nur Stereo-PCM-Signale zuspielen. Wenn ihr Dolby Atmos-Signale abspielen möchtet, müsst ihr bei beiden TVs erst einmal ein Dolby Atmos-Gerät, also eine Soundbar oder einen AV-Receiver am HDMI-EAAC-Anschluss anschließen. Intern verarbeiten die TVs kein Dolby Atmos und DTS-Signale werden so oder so nicht abgespielt. Kommen wir nun endlich zum Bildvergleich. Wie eingangs schon erwähnt, hätte ich euch vor einigen Jahren dazu geraten, zum dickeren LED-LCD-TV zu greifen, aber 2021 ist es exakt umgekehrt. Wenn euch Bildqualität lieb und teuer ist, dann greift unbedingt zum neuen Neo QLED. Ich möchte beim Bildvergleich aber auch nicht unfair sein und vermeide es deshalb einen Fehler des Q95T im Bildvergleich zu zeigen. Wie ihr hier sehen könnt, ist es manchmal nach dem Stand des Fernsehers der Fall, dass man das LED-Backlight bzw. die Local Dimming-Zone vollständig sehen kann. Beim 65Q95T müssten es somit 15x8 LED-Dimmingfelder sein. Wenn ich den TV außen wieder einschalte, ist dieser Effekt weg und alles sieht normal aus. Ich habe deshalb im Vergleich darauf geachtet, dass ihr sowas nicht zu sehen bekommt. Was sich nicht verheimlichen lässt, ist der enorme Kontrastunterschied im Spielmodus mit HDR-Signalen, gerade wenn man dunkle Szenen im dunklen Raum betrachtet. Der Q95T hält das Bild großflächig auf, während der QN95A sehr schön präzise die einzelnen Elemente im Bild ausleuchtet, ohne die Schwarzdarstellung massiv negativ zu beeinträchtigen. Ich gehe hier bewusst in die Überbelichtung, damit ihr die Unterschiede in der Schwarzdarstellung klar und deutlich erkennen könnt, selbst wenn ihr dieses Video nicht im dunklen Raum betrachtet. Schaut hier mal auf den Hintergrund. Ihr könnt beim QN95A im Hintergrund die dunkle Metallfläche erkennen, während der Q95T einfach nur einstrahlende LEDs zeigt und es somit fast unmöglich wird, die Metallfläche zu erkennen. Das liegt weniger an der Local-Dimming-Zonen-Anzahl, sondern vielmehr an der verbesserten LED-Ansteuerung, die Samsung bei den Neo QLEDs umgesetzt hat. Damit erreicht der QN95A nun eine ähnliche Präzision bei der HDR-Darstellung, wie es manch andere LCD-TV-Hersteller in deutlich höheren Preisklassen bereits gezeigt haben. Der nächste Vorteil unseres QN95-Testmusters ist die bessere Bewegtbildschärfe in Form von weniger Nachzieheffekten. Der Q95T und selbst der QN900A zeigten beide sichtbar mehr farbige Nachzieheffekte als der QN95A. Erst bei 120Hz VRR-Signalen kommt man an die physikalischen Grenzen des LCD-Panels. Auch die Ausleuchtung der Bildfläche war beim QN95A sichtbar besser als beim Q95T und sogar besser als beim QN900A, sodass weniger Schatteneffekte bei Kameraschwenks zu erkennen sind. Wie immer kann es hierbei Unterschiede je nach Modell geben, aber speziell der 65QN95A scheint innerhalb des Samsung QLED Lineups eine sichere Bank zu sein. Die Vorteile des neuen Mini-LED-Backlights zeigen sich nicht nur in Spielen, sondern auch mit Filmen. Beide TVs laufen hier im Filmmaker-Modus bei identischen Einstellungen. Die Dimming-Einstellung hoch stellt dabei sicher, dass das HDR-Tonmapping nicht so künstlich aufgehellt ist wie in Stufe Standard. Overlay-Einblendungen, die beim Q95T den eigentlichen Bildinhalt oftmals ausbleichen lassen, stellen den QN95A vor keine große Herausforderung. Zudem hat Samsung die LED-Ansteuerung besser ausbalanciert und ihr seht in solchen Fällen mehr Bildinfos. Ganz extrem merkt man es, wenn helle HDR-Details und zugleich schwarze Balken dargestellt werden müssen. Da zieht der Q95T auch die Bildbereiche nahe der Balken deutlich herunter, während der QN95A sämtliche Stärken des Mini-LED-Backlights und der 12-Bit-Ansteuerung ausspielt. Das heißt nicht, dass es mit dem QN95A keine Halo- oder Blooming-Effekte mehr gibt. Im dunklen Raum sieht man diese Nebeneffekte weiterhin, aber in meinen Augen stört es im laufenden Filmbetrieb nicht mehr und man kann sich besser auf die Details im Film konzentrieren. Es gibt total simple Elemente wie diese Infotexte vor einem Film, bei dem man gut erkennen kann, dass der Q95T den relevanten Bildinhalt abdunkeln muss, um eine gute Schwastdarstellung zu erzielen, während der QN95A dies über ein deutlich feineres LED-Local-Dimming-Netz vergleichsweise präzise regelt. Es gibt auch schwierige Szenen wie im Film La La Land. Beim Q95T wechselt die Helligkeit der Untertitel in dieser Szene hin und her, während der QN95A vergleichsweise stabil bleibt. Man wird viele Szenen finden, die auf dem ersten Blick vergleichbar ausschauen, aber wenn man sich auf einzelne Details und die Grilltiefe konzentriert, dann wird man schnell feststellen, dass der Q95T vergleichsweise flächig das Backlight ansteuert und somit dunkle Bereiche ausbleichen, während das beim QN95A extrem gemindert ist. Natürlich erreicht der QN95A nicht das HDR-Kontrastniveau von Displays, bei denen jeder einzelne Bildpunkt eigenständig leuchtet, aber im aktuellen LED-LCD-Segment setzt der QN95A einen echten Qualitätsmaßstab, wenn es um Schwarz- und Kontrastdarstellung geht. Hier am Beispiel des Films Aquaman könnt ihr gut sehen, wie das Mini-LED-Backlight verhindert, dass einzelne Farbbereiche ausbleichen. Der QN95A erscheint kontrastreicher und satter, obwohl die theoretischen Messwerte hinsichtlich der Farblichtleistung zwischen beiden QLED-Generationen durchaus vergleichbar ausfallen. Vereinfacht gesagt, der QN95A kann seine theoretischen Messwerte in der Praxis deutlich besser ausspielen als der Q95T, bei dem die LED-Ansteuerung häufig dafür sorgt, dass einzelne Bildbereiche ausgleichen können. Die bessere LED-Ansteuerung des QN95A sorgt ebenfalls dafür, dass die HDR-Helligkeitsreserve dann gezielter eingesetzt werden können, um helle Bildbereiche überzeugender wieder zu geben. Hier am Beispiel von Matrix seht ihr zunächst die Kontrastvorteile des QN95A. Ich bin bewusst bei dieser Aufnahme in die Überbelichtung gegangen, denn in der nächsten Szene möchte ich euch zeigen, dass ihr mit dem QN95A im Hintergrund weiterhin die Matrix-Symbole erkennen könnt, während der Q95T diese Details förmlich unterschlägt. Hier könnt ihr wieder das Ausbleichen beim Q95T bei den Farben erkennen und wenn ich mit der Kamera in die Überbelichtung gehe, dann seht ihr noch deutlicher, wie effektiv die Backlight-Ansteuerung des QN95A im Vergleich ist. Der QN95A kombiniert drei wichtige Dinge, besserer Bildkontrast, bessere Farbsättigung und bessere Durchzeichnung unter HDR-Praxisbedingungen. Diese Qualitätsstärken kommen auch bei seitlicher Bildbetrachtung zum Tragen, sodass die Blickwinkel-Eigenschaften noch einmal mehr überzeugen können als beim Q95T. Allerdings solltet ihr selbst beim Q95A eine optimale Sitzposition einnehmen, wenn ihr den bestmöglichen HDR-Bildeindruck erzielen möchtet. In den Filmen Der Marsianer und The Revenant seht ihr die Kontrastverteile noch einmal deutlich im Vergleich. Was mir besonders am Herzen liegt, ist das Thema Effizienz und hierzu habe ich unterschiedliche HDR-Inhalte gewählt, an denen man gut ablesen kann, dass der Q95T auch dunkle HDR-Szenen vergleichsweise flächig aufhält. Damit fällt die Energieaufnahme unter HDR-Bedingungen deutlich höher aus als beim QN95A. Zudem erreicht der QN95A viel häufiger seine Maximalhelligkeit, während der Q95T durch die flächige Begleiteransteuerung sein maximales Leuchtstärkniveau nicht selten verfehlt. Bei allen Vorteilen, die der QN95A bietet, ist natürlich auch dieser Fernseher nicht perfekt. Beispielsweise solltet ihr die Bildregler wie den Schärferegler nicht überstrapazieren und bei der Filmbildglättung nicht die Auto-Voreinstellung wählen. Werte über 5 von 10 sorgt nur im Test für Aussetzer, die sich vermeiden lassen, wenn die Glättung geringer eingestellt wird. Ein zweischneidiges Schwert ist auch die Rauschfilterung, denn einerseits arbeitet die effektiv und mindert sogar Bending-Artefakte von komprimierten Quellen, allerdings ist nur eine einzige Auto-Einstellung anwählbar, was keinen gezielten Bildabgleich ermöglicht. Beim Local Dimming ist es im Filmmodus wichtig zu wissen, dass die Standardeinstellung mit einer Samsung-eigenen Tonmapping-Funktion arbeitet und HDR-Bilder künstlich aufgehellt werden. In der hohen Dimming-Einstellung wird dieser Effekt stark gemindert und die Bildtiefe fällt besser aus. Der Fernseher ist in der Lage, auf Basis statischer HDR10-Metadaten die Clipping-Grenze anzupassen oder ihr könnt HDR10-Plus-Signale zuspielen, die dynamisch arbeiten. Wie schon erwähnt, wird Dolby Vision nicht unterstützt. Beim Farbraum ist zu beachten, dass der TV mit einem Quantum-Dot-Filter nicht reckungsgleich zum DCI-Kino-Farbraum arbeitet und wenn ihr die Auto-Einstellung wählt, habt ihr zwar einen natürlicheren Abgleich, aber es treten Sättigungsdefizite, besonders im Gelb- und Rotton-Bereich auf. In der nativen Einstellung wird der volle Farbumfang des TVs ausgenutzt, auch wenn dies teilweise zu Übersättigungen führen kann. Alternativ könnt ihr natürlich auch eine manuelle Farbkalibrierung anstreben. Was ich nicht empfehlen kann, ist die Kontrastverbesserung. Leuchtschwache HDR-Signale lassen sich damit zwar aufhellen, aber mit dynamischen HDR-Signalen kommt ihr damit sehr schnell ins Clipping. Was mir an dieser Stelle auch noch einmal wichtig zu erwähnen ist, es kann gut sein, dass der Q95T in wenigen Situationen einen besseren oder natürlicheren Bildeindruck in den Werkseinstellungen vermittelt als der QN95A. Schließlich reden wir bei beiden TVs über LED-LCD-TVs mit Quantum-Dot-Filter. Und die letztendliche Bilddarstellung ist immer die Kombination aus Bildverarbeitung, unterschiedlichen Filtersystemen plus dem LED-Backlight. Und in diesem speziellen Fall hatte ich beim QN95A meine liebe Mühe, die Überbelichtung in den Griff zu bekommen, ohne den Kontrast zurückzuschrauben. Aber das sind absolute Ausnahmefälle und nicht die Regel. Kommen wir zum Fazit. Ich kann euch aufgrund der tollen Bildleistung des QN95A nicht mehr empfehlen, den letztjährigen Q95T als Alternative in Betracht zu ziehen, wenn euch HDR-Bildqualität und Gaming-Bildqualität wichtig sind. Die Bildqualitätsvorteile des QN95A sind dann einfach zu offensichtlich und als einziger 4K QLED-LCD bietet der QN95A gleich 4 HDMI 2.1 Schnittstellen. Ich hatte im Test zwar teilweise mit kleinen Aussetzern speziell bei der Xbox Series X zu kämpfen und die EAC-Verbindung zum AV-Receiver war je nach Modell etwas hakelig, aber ich hoffe, dass das entweder Einzelfälle waren oder Samsung entsprechende Updates bereitstellen wird. Ich bin mir natürlich darüber im Klaren, dass ihr euch in den Kommentaren vor allem über das Thema QLED-LCD und OLED auslassen werdet, aber das ist in meinen Augen eine Entscheidung, die ihr selbst treffen müsst. Ein QLED-LCD kann nach wie vor kein OLED ersetzen und umgekehrt gilt das genauso. Mir konnte auch noch niemand erklären, was nun vorteilhaft daran wäre, wenn plötzlich eine Technologie vom Markt verschwindet. Die Auswahl zu haben ist doch immer besser als die Auswahl nicht zu haben. Ich denke bei diesem Thema geht es auch viel um Sehgewohnheiten. Wer von der Bildröhre auf einem Plasma-TV umgestiegen ist, der wird sicher OLED mit selbstleuchtenden Pixeln bevorzugen. Wer hingegen immer LCD gekauft hat, der wird auch weiterhin bei LCD bleiben. Ein genereller LCD-Vorteil soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben. Es kann immer wieder Momente geben, in denen leuchtstarke bunte Flächen minutenlang fast schon statisch abgebildet werden. Wie hier im Puzzle-Spiel The Witness. Mit OLEDs kann das zu kurzen Nachleuchteffekten bzw. Schattenmustern führen. Und wem das als Beispiel zu speziell ist, hier seht ihr eine Szene aus einer Fußball-Pressekonferenz und auch in diesem Fall kann es passieren, dass das gelbe Trikot für eine lange Zeit an der gleichen Stelle abgebildet wird und mit OLEDs Nachbildeffekte für einige Sekunden auftreten können. Für mich persönlich spielt das keine große Rolle, weil ich genau weiß, wie die einzelnen Displays funktionieren und welche Vor- und Nachteile in der Darstellungsweise existieren. Ich akzeptiere aber auch andere Meinungen und wenn euch sowas besonders nervt oder ihr Bildaufbilder mit wenig Bewegung und Kontrastwechseln über einen langen Zeitraum leuchtstark abbilden möchtet, dann ist ein LED-LCD die richtige Lösung. In meinen Augen ist der Bildqualitätsunterschied zwischen dem QN95A und dem Q95T mit Filmbildern und Games deutlicher spürbar als der Unterschied von Vorjahres-OLED-TVs zu einigen aktuellen OLED-TVs. Der QN95A hat mich in Summe sogar mehr beeindruckt als der QN900A, denn der 8K QLED hat zwar mehr Dimming-Zone, aber einen schwächeren nativen Panel-Kontrast. Spannend ist für mich, ob Samsung diese Qualität im nächsten Jahr noch einmal toppen kann oder der QN95A auch auf längere Sicht der beste 4K QLED-LTD bleiben wird. Weitere Infos zu neuen TVs erfahrt ihr wie immer im Magazin. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Macht's gut! Fahne Fahne Wir sind balconier. Wir werden hoffentlich nach dem Dimension�� deiner feliz und problème verwendet Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018